Was braucht es eigentlich, um gute Mitarbeiter zu finden? Ja, das ist die Frage, die sich viele Personaler stellen. Und es klingt fast so, als müsste man Tricks anwenden, um die Leute zu überzeugen, so wie man ein überteuertes Produkt versucht anzupreisen. Ich finde es gut, dass die Situation heute die ist, dass die Arbeitnehmer sich die Stellen aussuchen können und Arbeitnehmer, die schon Stellen haben, sich auch überlegen können, ob sie wechseln. Ja, es trifft auch mich, es bedeutet auch, dass man sich Gedanken machen muss. Aber wenn man die Gedanken nicht aus voller Überzeugung trifft, wenn man nicht wirklich das Ziel hat, einen besseren Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, dann tut man sich auch wirklich schwer damit. Und andersherum, wenn es eigentlich das gemeinsame Ziel ist, einen Betrieb, eine Kanzlei zu schaffen, wo sich Leute wohlfühlen, geht vieles eigentlich von selbst. Und da möchte ich gerne heute drüber sprechen. Nicht ganz ohne Ereignis, aber wir sind auch gerade auf der Suche, und zwar in mehreren Positionen. Nicht, weil uns Leute weggelaufen sind, wir haben kaum Fluktuationen. Es ist schon mehr als fünf Jahre her, dass ein Anwalt überhaupt diese Kanzlei verlassen hat, bei den Rechtsmannsfachangestellten auch schon viele Jahre. Wir haben die Situation, dass wir in letzter Zeit viele Mandate, die an uns herangetragen wurden, ablehnen mussten. Und das ist schade für die, die eigentlich von uns vertreten oder beraten werden wollten. Aber das ist auch eines unserer Grundprinzipien, nämlich, dass wir keine Mandate annehmen, wenn wir nicht glauben, dass wir sie wirklich gut bearbeiten können. Und zwar gut für den Mandanten, dass wir uns zeitnah und vor allem kompetent drum kümmern können, aber vor allem auch gut fürs Team, dass nämlich die Annahme des Falles nicht bedeutet, dass irgendjemand am Wochenende oder am Abend extra Zeit ranhängen muss, nur weil wir zu viele Sachen angenommen haben. Und da haben wir in letzter Zeit eben gesehen, es wird knapp, wir sind gut beschäftigt, wir machen zwar pünktlich auch das Licht am Abend aus, aber wir haben jetzt nicht mehr Kapazitäten übrig, um neue Fälle entgegenzunehmen und Umsatz ist eben nicht das oberste Ziel in dieser Kanzlei. Und das ist dieses typische Work-Life-Balance, wo es manche gibt, die sagen, ich möchte am liebsten möglichst viel verdienen und Tag und Nacht arbeiten. Das ist zum Beispiel bei Großkanzleien häufig das Prinzip, was vorherrscht, nicht überall. Auch dort gibt es mittlerweile alternative Modelle, aber bei uns ist das eben nicht so. Dann verdient man vielleicht auch nicht 200.000 Euro als Anwalt. Wir arbeiten von Montag bis Freitag, wir arbeiten nicht am Wochenende und nicht in Urlaubszeiten. Wenn dort irgendeine Frage aufkommt, versuchen wir die Probleme selbst zu lösen, damit Leute im Urlaub auch nicht gestört werden. Wir arbeiten natürlich auch aus dem Homeoffice, nicht erst seit Corona, sondern wir haben Kollegen, die in Goslar oder in Stuttgart oder einfach nur in Lengfeld arbeiten. Also ob man hier im Büro oder zu Hause sitzt, spielt eigentlich für die Arbeit keine große Rolle, zumal die meisten Mandanten sowieso nicht persönlich hier vorbeikommen. Im Sekretariat haben wir das auch schon mal ausprobiert. Es stellte sich heraus, es geht, wenn man unbedingt will, mit VPN und vielleicht ein bisschen Verstärkung vor Ort, dass einer also jeweils von zu Hause aus arbeiten kann. Das haben wir in den Lockdown-Phasen erlebt. So richtig gut funktioniert es aber nicht, aber für einzelne Tage kann man sowas schon machen. Insofern sind wir für sämtliche Arbeitszeitmodelle aufgeschlossen. Als ich die Jessica, die vor einem Jahr hier angefangen hatte, gefragt hatte, was sie eigentlich motiviert hatte, sich hier zu bewerben, erwähnte sie die Spülmaschine. In irgendeinem Video, in einer Stellenausschreibung hatte ich gesagt, bei uns ist es selbstverständlich, dass die Anwälte selbst die Spülmaschine einräumen. Das ist eigentlich nur ein kleines Detail gewesen, aber Jessica hatte das bemerkt und auch in ihrem Bewerbungsschreiben aufgegriffen. Denn es ist zwar nicht so, dass es so schlimm ist für eine Rechtswahlsfachangestellte, sich um die Spülmaschine zu kümmern, aber zugrunde liegt dem vielleicht die Wertung, dass es Arbeiten gibt, die machen die Leute, die nicht studiert haben und die tragen dann vielleicht auch die Kaffeetasse zu den Anwälten. Und sowas kommt bei uns natürlich nicht in Frage. Also die Anwälte holen sich ihren Kaffee und tragen ihn auch wirklich in die Spülmaschine zurück. Es sei denn ausnahmsweise, sie läuft schon, dann kann man es auch mal oben draufstellen, aber dann wäre es auch nett, beim nächsten Mal zu gucken, ob die Spülmaschine durchgelaufen ist, ob man es dann wieder reinstellen kann. Das sind diese Kleinigkeiten. Da bricht einem Anwalt kein Zacken aus der Krone und für uns ist es selbstverständlich, dass der Unterschied zwischen Anwälten und Rechtswahlsfachangestellten nur darin besteht, dass die einen studiert haben und bestimmte Tätigkeiten in fachlicher Hinsicht machen müssen. Aber nicht, dass sozusagen die Zeit des Anwalts so viel wertvoller ist, sodass er nicht die Zeit findet, seine Tasse hin und her zu tragen. Wenn es um Betriebsklima geht, wird wahrscheinlich wahnsinnig viel gelogen. Wie in Stellenanzeigen oder in Partnerschaftsanzeigen oder in einem Tinder-Profil auch. Da behauptet natürlich jeder, dass er ein großartiges Klima hat. Und deswegen ist es mir völlig klar, wenn ich sage, wir haben ein tolles Klima, dass man das erst einmal skeptisch hinterfragt. Und wenn ich sage, wir haben ein gutes Klima, dann ist das kein selbstverständlicher Wert, der dauerhaft gesetzt ist, weil ein gutes Klima zu haben und zu behalten ist echt eine harte Arbeit, wo man immer wieder daran arbeiten muss. Das fängt natürlich an mit so Grundsatzentscheidungen, Wertungsentscheidungen, wie zum Beispiel Anwälte mit Rechtswahlsfachangestellten umgehen. Ich weiß, dieses Thema kommt jetzt immer wieder. Aber es sind eben auch so Sachen wie, dass wir uns Zeit nehmen für Sachen im Team, zum Beispiel, dass wir jeden Mittag essen gehen oder uns was liefern lassen und dann im Erdgeschoss, wo wir unsere Kantine eingerichtet haben, zusammen essen. Und das ist natürlich klar, dass Anwälte und Rechtswahlsfachangestellten nicht getrennt essen. Das wäre total absurd. Wir machen alle zwei Jahre, wenn Corona nicht dazwischenkommt, einen Betriebsausflug, wo wir über ein verlängertes Wochenende mal wegfahren. Und das bezahlt natürlich der Arbeitgeber, wird dann pauschal versteuert. Also man versucht da nicht irgendwas hinzutricksen, dass das jetzt ein betrieblich bedingter, professioneller Anlass und Fortbildungen gewesen sind. Ja, und dann, wenn wir schon bei der Wertschätzung sind, dann gibt es natürlich auch diese materiellen Dinge. Das ist ganz selbstverständlich. Vergütung, das Gehalt muss stimmen, ganz klar. Aber darüber hinaus gibt es eben auch noch so Möglichkeiten wie steuerfreie Einkaufsgutscheine. Demnächst sind es sogar 50 Euro, die im Monat dabei möglich sind. Früher waren das Amazon-Gutscheine, dann hat man auf City-Gutscheine hier in Würzburg oder in Schweinfurt umgestellt. Und natürlich gibt es Boni, zusätzliche Vergütungen, wenn das Geschäft gut läuft. Und in den letzten Jahren ist es immer gut gelaufen, sodass die zusätzlichen Gehälter, 13., 14., sogar 15. Monatsgehälter hier bezahlt worden sind. Und die konnten die Mitarbeiter sich auszahlen lassen oder in den Dienstwagen investieren. Früher habe ich gesagt, wir sind ein junges Team, aber wir werden letztlich immer älter. Unser Durchschnittsalter über alle Berufsgruppen ist mittlerweile 35. Wir haben junge und alte Anwälte. Ich selbst bin 47 Jahre alt und unser jungstes Teammitglied sitzt gerade unterm Tisch. Das ist Nelly, die ist vor einem Jahr geboren, unser Kanzleihund. Und das ist ein Punkt, wenn Sie hier arbeiten, sollten Sie keine Angst haben vor Hunden. Jedenfalls nicht vor diesem Hund, der Großpudeldame Nelly. Mittlerweile sind wir 16 Anwälte. Könnte sein, dass es noch mehr werden. Fünf rechtssammensfachangestellte. Das Verhältnis Anwälte-Fachangestellte vom Zahlenmärter ist so, dass wir mehr Anwälte, dreimal so viele Anwälte sind. Das heißt nicht, dass eine rechtssammensfachangestellte drei Anwälte betreuen muss, sondern die meisten Anwälte machen ihre Korrespondenz eigentlich selbst. Wir sind nicht so viel forensisch tätig. Wir beraten hauptsächlich Unternehmen, solche, die zum Beispiel Autos bauen und dabei Software in den Autos verbauen und dabei Unterstützung brauchen, welche Bedingungen der Software dabei eingehalten wird. Und das ist der erste Bereich. Ich erzähle jetzt ein bisschen was für das Fachlich-Inhaltliche. Das ist Open-Source-Compliance. Das ist so kein ganz alltäglicher Bereich. Es gibt ja auch nicht so viele Kanzleien, die genau das machen. Wir haben ein Buch gerade dazu rausgebracht. Wer Lust hat, kann da mal reingucken, um zu verstehen, was eigentlich unsere Tätigkeit ist. Wir machen IT-Recht natürlich. Die meisten hier sind Fachanwälte für IT-Recht. Dazu gehört E-Commerce, Datenschutz, aber sehr viel Software-Vertragsrecht. Wir haben noch zwei andere Bereiche, die vielleicht nicht in allen Kanzleien vorkommen. Das eine ist der Pro-Bono-Bereich, wo wir nach außen sichtbar häufig, aber nicht immer, Fälle bearbeiten, die vielleicht ansonsten nicht bearbeitet werden würden, wo es nicht ums Geld verdienen geht, sondern wo es darum geht, einen Beitrag an die Gesellschaft zurückzugeben. Das kann also entweder ein Fall sein, wo jemand sich ansonsten keinen Anwalt leisten könnte oder um Fragestellungen, die gesellschaftlich wichtig sind, wie zum Beispiel das Thema Hass und Fake News in Social Media, dem wir uns in letzter Zeit viel befassen. Und der vierte Bereich ist Forschung. Da haben wir jetzt gerade ein Forschungsprojekt, was demnächst losgehen soll und wo wir auch Verstärkung brauchen, und zwar erstmals auch im Bereich von Softwareentwicklern. Wir wollen erforschen, wie man mit künstlicher Intelligenz und Chatbots juristische Probleme lösen kann. Jetzt könnte man sagen, oh Gott, die wollen Anwälte durch Computer ersetzen. Wir wissen alle, dass das noch ziemlich lange hin ist, bis das wirklich funktioniert. Aber es gibt schon einzelne Aspekte, die kann eine Maschine zusammen mit der Intelligenz auf der anderen Seite, nämlich den User, ganz gut lösen. Und da gibt es Techniken, die man miteinander kombinieren kann. Und wenn Sie Lust haben, in so einem Thema mitzuarbeiten, da werden wir uns mindestens die nächsten drei Jahre mit staatlicher Förderung beschäftigen. Ja, so viel zu unseren Versuchen, Arbeit interessant zu machen, angenehm, aber trotzdem herausfordernd. Und wenn Sie jetzt Interesse hätten, uns besser kennenzulernen, würde ich mich freuen, wenn Sie uns etwas über sich erzählen würden, vielleicht so eine klassische Mappe reinschicken, aber ein PDF tut es auch. Wir suchen im Augenblick nicht nur Anwälte, die suchen wir fast immer, sondern vielleicht auch Wirtschaftsjuristen. Es muss also gar nicht unbedingt ein zweites Staatsexamen sein, vor allem aber auch rechtsmals Fachangestellte und Softwareentwickler. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis dann.